Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer ZockAndy. Wir spielen heute das beste Tower Defense Game, das es gibt. Bloons Tower Defense 5. Es ist back bei Gameplay Deluxe. Season 2 ist angesagt. Season 1 war die Deluxe Edition. Deluxe Edition, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber die ist veraltet und ich habe sie trotzdem noch weiter gespielt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil einmal freigeschaltet funktioniert das einfach von Ninja Kiwi. Und an dieser Stelle herzlichen Dank Ninja Kiwi dafür, dass du dieses Spiel gemacht hast. Es ist das beste Tower Defense Game. Warum ist es das beste Tower Defense Game? Also für diejenigen, die Bloons nicht können, ich mache es ein bisschen kürzer, weil die meisten kennen es ja. Es ist ein Tower Defense, das heißt ihr müsst Dinge, Wellen kaputt machen, die kommen. Ja, mehrere Wellen und so weiter. Also der Klassiker. Aber warum ist es so gut? Es ist so gut, weil erstens der Spieleumfang ist gewaltig. Ihr habt so viele Maps. Ich will es nicht übertreiben, aber ich werde zugeschissen mit Maps. Also das ist Wahnsinn, was hier alles vorhanden ist an Spieleumfang. Dann gehen wir weiter. Nochmal, Spieleumfang. Wie viele Modis es auf jeder Map gibt. Es gibt den Apokalypse Modus. Es gibt leicht, mittel, schwer. Es gibt extrem, was wirklich extrem ist und so weiter. Dann gehen wir Gameplay. Das heißt Steuerung. Wie ist die Steuerung? Die ist 1A. Da kann man nichts dazu sagen. Glatte 1. Also nochmal zurück. Umfang 1++++. Steuerung 1. Gibt es nichts dagegen einzuwenden. Ist absolut easy. Wenige Tasten. Keinerlei Problem. Dritte Bewertung. Grafik. Grafik finde ich top. Da gibt es von mir eine 1. Es ist sehr bunt. Das macht gute Laune. Es sieht super aus. Die Steam-Version ist nochmal aufgepöppelt. Hier komme ich gleich zu diesem hüpfenden Paket hier. Ich bin Rang 1. Ich bin neu in dem Game. Es ist ein neues Let's Play. Ich schätze mal, es werden so Minimum 500 Folgen werden. Ich will es mal garantieren. Ich habe übrigens nur damals aufgehört, Bloons zu spielen, weil ich leider Gottes einen Festplatten-Crash hatte. Und auf einmal war mein Speicherstand weg. So. Dann musste ich von vorn anfangen. Dann habe ich festgestellt, okay, die Deluxe-Ethischen, das geht ja gar nicht mehr. Man muss auf Steam-Version umsteigen und dann hatte ich gar keinen Bock mehr, neu anzufangen. Aber ich habe mich rappeln können. Und here I am. Zockerhandi bei Gameplay Deluxe ist zurück mit Bloons Tower Defense 5. Ich liebe dieses Game. Ich kann es sehr gut. Ich versuche euch alles zu zeigen. Wir werden, was weiß ich, wie viel Level es gibt, kann ich jetzt nicht sagen. Ich sehe hier nur Rang. Diese Folge wird so eine Art Preview werden. Das ist ein bisschen so eine Einführung für die Bloons Stammzuseher. Jetzt wird es weniger was Neues geben. Aber Steam-Version muss ich sagen, ich bin hier neu. Das heißt, es gibt doch einiges, was ich noch nicht kenne. Unter anderem auch Strecken, die wir uns gleich anschauen. Also Maps. Und jo, wir werden viel machen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Das ist das Grundstück. Hier kann man ein Gebäude bauen. Was wir jetzt noch nicht können, weil wir sind ja neu. Das kostet ein bisschen Geld. Ich sage gleich mal was dazu. Ihr seht ja, die verschiedenen Tower kann man pushen. Mein Lieblings-Tower ist unser guter Freund hier. Die Spike Factory. Und da gibt es natürlich einiges zum Upgraden. Ja, die Steam-Version ist natürlich noch geiler. Das heißt, da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Ninja Kiwi hat hier ordentlich was gemacht. Also hier gibt es viele Möglichkeiten. Die Kiste, die kriegt man einmal am Tag. Da kriegt man Geld. Ich drücke mal drauf. Yeah, 32 haben wir gekriegt. Nur einmal am Tag. Also, zack, boom, bang. Ja, nochmal gibt es es nicht. Erst morgen wieder. Was ist das hier? Hier kann man sich die Türme anschauen. Wir müssen das wieder freischalten. Aber das schaffen wir schon. Da sehe ich kein Problem. Ich lasse das mal ein bisschen durchlaufen hier. Das sind die üblichen Türme. Wir kennen sie. Teilweise neue Animationen oder neue Grafiken. Also die Steam-Version ist weit besser wie meine alte Deluxe-Version. Hier, der Klebstoff-Schütze. Es ist jetzt auch Deutsch übrigens. Ich habe es auf Deutsch gestellt. Fliegerass. Der Supermonkey. Wer lebt ihn nicht? Unser Dorf. Die Bananen-Plantage. Ey, Leute. Wie viele Bananen-Plantagen hatten wir damals? Es war schon eher ein ganzer Urwald voller Bananen-Plantagen. Mein Freund. Die Nagelfabrik. Yeah, Baby. Da sind wir wieder dabei. Ich freue mich schon echt auf das Let's Play. Ups, jetzt bin ich hier rausgegangen. So, das spulen wir mal zum Schluss wieder. Hier waren wir schon. So, da waren wir. Und der ist neu. Den kenne ich noch nicht. Der ist neu in der Steam-Version. Den haben sie, glaube ich, von der Mobile-Version übernommen. Der Heli. Also, den kenne ich noch nicht. Und ja, ich freue mich, den freizuschalten. Das ist anscheinend der letzte Tower. Das heißt, das wird ein bisschen dauern. Aber wir kriegen das hin, wir sind Profis. Dann gehen wir weiter. Das Geschenk hier. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist ein Geschenk von Ninja Kiwi offensichtlich. Lass 250.000 Blooms platzen zum Öffnen. Leute, das werden wir schon bald schaffen. Das wird nicht das Problem sein. Was haben wir hier noch? Da kommst du auf die Website. Da klickst du jetzt nicht drauf, weil sonst ist die Aufnahme ein bisschen im Arsch. Hier haben wir Agenten. Das sind, wie üblich, die Spezialagenten, was man kaufen kann. Ein paar kenne ich, ein paar kenne ich nicht. Den kenne ich zum Beispiel. Den kenne ich. Den kenne ich. Den, den, den und den. Den kenne ich auch und den auch. Die ersten kenne ich eher nicht. Das ist mir gerade aufgefallen. Den kenne ich nicht und den kenne ich nicht. Das heißt, der ist neu für mich. Müsste man sich anschauen. Hier ist eine Art Forschungslabor. Da können wir mit diesen Goldmünzen, die wir, ich weiß nicht, ob man sie kriegt, man kann sie verdienen. Ansonsten kann man sie kaufen. Kaufen mit Geld, was man verdient während des Spielens. Und da kann man da diverse Vorteile erkaufen. Ihr könnt es euch ja wahrscheinlich schon erahnen. Zum Beispiel Startgeld mehr. Das ist durchaus nützlich. Gewährt dir in jedem regulären Spiel einen Bonus von 10%. Da gibt es 8 Stufen. Das heißt, ich nehme mal an, vielleicht kriege ich 80% mehr danach. Muss man schauen, wie das wird. Also nur so als Beispiel. Mehr Leben. Verkaufspreis. Hier zum Beispiel. Erhöht den Rückkaufswert eines zu verkaufenden Turmes auf 82% des bezahlten Kaufpreises. Ich kann mir vorstellen, bei 8 gibt es vielleicht auf 100% drunter. Keine Ahnung. Muss man gucken. Also ihr habt hier diverse Vorteile. Fähigkeitsabkühlphase. Das ist das, wenn ihr die Türme voll ausgebaut habt. Dass ihr zum Beispiel bei der Nagelmaschine, boom, alles voller Nägel macht. Dass das runter geht. Das kostet zum Beispiel ein so ein Chip hier. Oder wie nennen wir es? Chips. Münzen. Wie auch immer. Also hier ist ein bisschen die Forschungsabteilung. Und hier haben wir den Good Old Shop. So. Das erste, das ist irgendwas mit Facebook oder sowas. Das lasse ich mal da hin hier. Dann können wir kaufen. Wie gesagt, mit dieser Ingebenwährung. Da haben wir natürlich jetzt zu wenig, ne. Äh. Geldverdoppelungsbonus. Bananen. Bla 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 bla. Und hier auch Münzen können wir kaufen. Das sind nicht mal so teuer. Eine Handvoll Münzen. Ich schau mal rein. 5 Token. Für nur 7,50. Das ist jetzt nicht so teuer, Leute. Also. Ist ja ein Sonderangebot. Ihr habt ja gesehen, mit 5 Token komme ich weit da unten. Allerdings sage ich euch, am Anfang brauchst du 2. Und beim nächsten Upgrade brauchst du wahrscheinlich schon 3,4. Also da brauchen wir ordentlich Token, ne. Aber das werden wir alles kriegen. Das werden wir kriegen. Das garantiere ich euch. Ich habe so eine Begeisterung von diesem Let's Play. Leute. Dieses Let's Play ist mein Lieblings-Let's Play. Ja. Es ist nicht das erste. Es gibt schon viel auf diesem Channel hier. Aber es ist Bloons. Bloons Tower Defense 5. Es ist back. Ich habe da volle Begeisterung. Ich glaube, man hört es auch ein bisschen. So, erhalte von jedem geplatzten Blumen 2 Geldstücke anstatt einem. Das ist zum Beispiel durchaus nützlich hier. Die Frage ist, was ich jetzt nicht weiß. Gibt es das ein Spiel oder jedes Spiel? Du startest auch jedes Spiel mit doppeltem Startkapital. Das ist die Frage, die ich im Moment noch nicht beantworten kann. Kriege ich das jedes Game oder jedes zweite? Schauen wir mal, was hier so steht. Ja. Das weiß ich noch nicht. Das müssten wir mal ausprobieren. Wären wir dann auch, wenn wir das Geld haben. Im Moment, wie gesagt, sind wir Level 0. Jo, was haben wir noch? Spiele haben wir noch. Ja, da waren wir noch nicht. Social. Das sind so eine Art Bestenlisten und so ein Zeug. Da sind die ganzen Achievements. Und ich scrolle jetzt mal schnell durch. Schaut mal. Zack. Hoppala. Zack. Seht ihr, wie es durchläuft? Zack. Wie es durchläuft. Und wie viele es gibt. Auf das will ich jetzt raus. Schaut euch das an. Und ich bin mir sicher, wenn wir das auf 100 haben. Wir kriegen dann was. Also, ich weiß nicht. Kriegen wir Geld oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Man wird sehen. Schaut mal, wie viele das sind. Das hört gar nicht mehr auf. Zieh euch das rein. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das endlos geht. Ob immer das gleiche kommt. Ne. Das ist eine Ende. Oder? Ne. Blödsinn. Geht nur weiter. So. Das sind schon Coop-Sachen. Ich scrolle noch immer hier durch, Leute. Seht ihr jetzt? Und Ende. Und jetzt in die andere Richtung. Seht ihr, wie viel das ist? Wahnsinn. Der Hammer. Was zu tun hier. Und ihr werdet mich jetzt als verrückt ansehen. Ich möchte alles hier haben. Bis auf die Coop-Sachen. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Aber ansonsten will ich hier alles auf 100% haben. Das schaffen wir auch. Jetzt muss ich hier nur durchscrollen. Das ist gar nicht so leicht, dass das so schön scrollt hier. So. Nicht so leicht. Aber es geht. Man muss immer dazwischen klicken hier bei den Karten. Dann geht es so. Jawohl. Und nochmal. Schauen wir uns den ersten nochmal an. Rollenumwandler. Oder Moab-Killer. Das hört sich sexy an. Was bedeutet das? Zerstöre 5000 Moabs. Also da haben wir was zu tun. So. Und nun möchte ich kurz mal etwas erwähnen. Und zwar was bei den Aufnahmen sehr oft war. Thema Absturz. Ich weiß es nicht. Wir fangen jetzt neu an. Aber. Da die Steam-Version keine. Das weiß ich jetzt nicht sicher. Aber ich glaube es ist keine Flash-Version. Das ist ein ganz normales Gamechen. Das haben sie gut hingekriegt. Wird das Spiel wahrscheinlich nicht mehr abstürzen. Das heißt. Wir werden auch über Level 50, 60, 70 drüber kommen. Und wahrscheinlich weit über Level 100. Dazu habe ich jetzt mal die Eier das zu sagen. Weil das. Weiß ich, dass wir das schaffen. Weil wir sind Zocker-Handy. Der Bloons-Profi. Also ich kann das Game wirklich sehr gut. Da könnte ich davon ausgehen. Man muss natürlich alles erst freischalten. Hier die Verbesserungen. So das braucht man natürlich. Sonst ist es am Anfang auch spannend. Weil es nicht so. So. Einfach ist. Also wir werden da nur einiges machen. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Was kostet mich diese Nagelfactory. Weil die will ich nämlich eh als erstes haben. Wieso kann ich das nicht? Achso. Da brauche ich erst. Warte mal. Nagel. Okay. Nochmal hier klicken. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist die Nagelfactory? Ich will wissen. Kann man da auch hier drücken? Jo. So geht das auch. Okay. Haben wir wieder was entdeckt. Das ist doch mal eine coole Grafik hier. Haben sie schön gemacht. Die Piratenbucht. Was auch immer das bringt. Das ist wahrscheinlich für das Schiff oder so. Also schön auch untermalt hier. So. Hubschrauberlandeplatz. Wo ist meine... Wo ist das für den Nagelfactory? Das will ich eher haben. Super. Was? Super Waffenversteck. Aha. Ich brauche das für den Nagelfactory. Ich suche das gerade. Oder ich weiß nicht wo das ist. Da ist es. Amazon. Das kostet wie viel? 500. Das ist günstig. Das werden wir auf jeden Fall bauen. Und dann hat die Nagelfactory schon von Vorteil. Ihr seht es ja. Da gibt es verschiedene Stufen. Also das wird dann noch richtig teuer. Geld braucht man ordentlich. Und wenn wir das gut abgegradet haben. Dann ist es auch kein Problem. Wir werden spielen. Ich gehe jetzt mal auf spielen. Wir werden spielen. Das kommt aber erst später. Da müssen wir Ränge kriegen. Tagesherausforderungen. Nehme ich jede an. Ist kein Problem. Zufällige Missionen. Special Aufträge. Die kennen wir ja auch. Gibt es hier. Koop können. Kann ich machen. Wenn es ja wünscht ist. Aber hauptsächlich konzentriere ich mich auf den Singleplayer. Ich möchte da raufleveln. Und wirklich alles schaffen. Ähm. Odyssee. Odyssee. Das weiß ich jetzt nicht was das ist. Das ist jetzt neu bei der Steam Version. Da kann ich jetzt leider nichts drüber sagen. Neues Spiel ist soweit klar. Ich tipp da mal drauf. Und wir schauen uns das ein bisschen an. So. Und jetzt sind wir beim Thema. Mapvielfalt. Also. Schaut euch das mal an hier. Achso. Das ist das was wir freischalten. Okay. Da haben wir zwei freigeschaltet. So. Jetzt aber Mapvielfalt. Was ist das für einer? Oh. Da ist eine Übersicht. Karten. Medaillen. Jawohl. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So. Ihr seht ja was da alles gibt. Das ist eine schöne Übersicht. Was ist das da? Das weiß ich nicht. Das könnte diese Odyssee sein. Aber das weiß ich jetzt nicht sicher Leute. Dazu kann ich jetzt leider nichts sagen. Weil ich es nicht weiß. Ich will euch auch keinen Scheiß erzählen. Aber. Ähm. Es geht um die Mapvielfalt. So. Ich bleib jetzt einfach mal ein bisschen drauf hier. Wir scrollen jetzt brutal durch. Schaut euch das an. Und dann sagt mir. Dass dieses Spiel keinen Spielumfang bietet. Wahnsinn. Alter. Ich will jetzt nicht zählen. Ja. Ich will nicht zählen. Wir werden zählen. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Sechs. 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 Neuen. Zehn. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vim. Sechs. Sechs. Seben. Vix. Zwei. 16 13 15. Sechs. 23 456 7 8 9 40 maps 123 456 7 8 9 50 maps 12345 6 7 8 9 50 Right. 15 45 5 5 6 7 8 9 40差不多 15. Laute ist das ein Umfang oder nicht und dann gibt es wie gesagt nur verschiedenen Modus. hier. Also, da werden wir einiges zu tun haben. So, sagen Sie uns wieder herzlich willkommen, wenn wir im Hauptmenü sind. So, das war die erste Einleitung. Eins will ich noch dazu sagen, gehen wir nur mal aufs Spiel hier. Was ist das jetzt gewesen? Nur mal zurück. Jetzt habe ich einen Stern. Was der Vierer hier soll, das weiß ich jetzt. Ja, vielleicht vier neue Maps oder so, was wir freigeschaltet haben. Am Anfang schalten wir hier nicht viel frei. Was ich noch sagen wollte, ich werde, ich werde hier immer das Ganze, die Folgen werde ich benennen. Das heißt, wenn jemand von euch, ich sage jetzt mal, euch interessiert, Expresslieferung auf schwer, auf medium, auf easy. Ich werde dies benennen. Dementsprechend zum Beispiel, was weiß ich, Sprintstrecke easy, Sprintstrecke medium, Sprintstrecke hard. Das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr eine Map sehen wollt, geht auf die interne Suche auf dem Kanal und dann werdet ihr die finden. Es kann natürlich sein, dass ich die noch nicht gemacht habe. Ich meine, ich fange jetzt nicht mit der da an. Das ist ja nur gesperrt und so. Also, wir werden uns da vorarbeiten und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und im Anschluss folgt gleich der erste Part. Ich mache jetzt einen netten Cut und bedanke mich beim Zusehen von dieser Einleitung. Wenn es euch gefällt, wenn ihr mehr sehen sollt, gebt einen Daumen her, abonniert mich. Ihr werdet viele schöne Bluntstunden hier auf dem Kanal erleben. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zock Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss! Zock Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss! Zock Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020